Grüezi miteinander, ich habe hier die Verdampferplatte 046. Die Platte hat ein Mass von 585. Auch wieder hier zu beachten, dass die Leitung hier so weggeht, dass noch ein bisschen mehr Platz zum Biegen gebraucht wird. Dann hat die Platte eine Höhe von 210. Hier ist auch die Möglichkeit, die Platte zu biegen. Standard 1,5 Meter Leitung, flache Platte, einfache Platte. Wir können damit bis zu ca. 80 Liter kühlen. Sobald ab dyspuppe nun noch, die eine erste Pl Mississippi in 6arents Vers world. bis das bereits wohl noch ein weiter blambe Ziste, Ja, dann muss der Blatt runterlich auflaufen werden. Das wäre natürlich das, was er eingникиized, aber das wäre so viel, weil es vor ein paar Abstande zu tunakan, es war nicht alles so cool. Und seitdem ressortieren Sie sich alle,